Okay Leute, willkommen im Endgame von RumbleWars. Ubers hat mir gerade sehr, sehr verspätet mitgeteilt, dass ja die Aufnahme abgebrochen ist, weil ich keinen Speicherplatz mehr habe. Deshalb habe ich ein bisschen was gelöscht gerade und jetzt geht es wieder. Ich hatte vorher vier Scheißrunden, jetzt hatte ich gerade eine gute Runde und ich habe gar nichts davon gesehen. Cool, oder? Ist lustig, oder? Gebrochen bin ich einfach nur. Dieses Spiel macht mich fertig. Jungs. Also, er wollte das halt wirklich nicht, oder? Können wir das jetzt bitte einfach mal machen? Danke. Och Mann. Ja, das ist unfair. Ich weiß, es tut mir auch leid. Es tut mir wirklich leid, Homie. Aber ich muss jetzt echt ein bisschen Dampf ablassen. Oh, okay. Oh, dann halt an dir, I guess. Oh, nicht an dir! Oh! Und raus mit dir! Was? Einfach nur nein. Er war gar nichts zu sagen dazu. Weg mit dir! Danke. Ich nehme kurz noch das Hühnchen, das du mir aufgehoben hast. Dir danke. Passt du doch, oder? Ist doch gut, oder? Geh ab jetzt, bitte. Gut. Weg! Mit dir! Ja! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Och Mann. Es reicht doch wirklich, oder? Oh. Ne. Ist okay. Ich bin so Pissed! Grey's easy not to drop Fristian. Ich verstehe hier nichts mehr, aber du kämpfst auch mit, ob du willst oder nicht. Anscheinend willst du ja nicht, ne? Ja Bro, lass einfach hier ein bisschen chillen jetzt. Wir chillen ein bisschen, oder? Danke, ich weiß, dass das ein awesome Hit war. Ich gehöre hier nicht dazu, zu eurer Crew, des Vermöbels, ne? Danke, ich will mich hier mitteilen, nur, ich will mich hier nur ein bisschen beteil, ein bisschen Beteiligung hier, ne? Wir sind Partner, okay? Entweder sind wir Partner oder du stirbst. Ne, macht tatsächlich auch einfach Sinn, oder? Raus mit dir! Und du hör auf mich zu nerven! Schlagbrier natürlich, hätte man erwarten müssen. Wegpacken! Wollte mich nur kurz hochheilen. Was passiert hier eigentlich? Ja, ausbrechen! Na, ich doch! Bitte einmal ins Meer! Ne, kein Bock, ne? Keiner hat Bock aufs Meer! Nicht mal du? Nein! Danke! Gut, Teamplay! Ne, ich will echt nicht gekickt werden gerade! Quatsch! Die Endzone ist ins Wasser gegangen! Ich bin, ich hab gewonnen! Und... Hat sich doch nochmal gelohnt, die Aufnahme anzuwerfen. Ich hab den einen rausgekosmoschottet, ich hab geultet, hatte eine Sekunde auf den Zonentimer, bin reingerannt, wir beide sind runtergerutscht, aber weil er zuerst runtergerutscht ist und gestorben ist, hab ich gewonnen, obwohl ich auch noch runtergerutscht und gestorben bin! Also mein Leiche liegt da! Hä? Ey, ganz, ganz weird, was hier passiert ist! Ich bin wirklich sehr froh, dass ich die Aufnahme nochmal angeworfen hab! Und, yo, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei zuzusehen, wie Rumbleverse wieder... Ja, Rumbleverse ist und richtig weird, also alles wie immer! Also, Leute, schönen Tag wünsch' ich noch und einen halb so weirden Tag wie ich wünsch' ich euch auch! Ciao Leute! Bei dir geht's den Job. Call. Untertitelung des ZDF, 2020